Das ist wahrscheinlich über uns, oder? Ah, da. Ich frag mich immer noch, was das für Dinger sind, die hier runterhängen. Ob das so Mönen sind, oder einfach nur so Schrott. Siehst du den Ohr Six? Das ist dein nächster Kampf. Äh, warum? Prinzessin Sim schmeißt gerne Partys. Hier fehlt der Ohr Six, das ist offenbar ihre Leibspeise. Was, dann machen die dem überhaupt Schaden, oder? Naja. Also eben haben die gerade noch auf den geschossen, aber jetzt anscheinend irgendwie nicht mehr. So, mal eben ein bisschen... Hier wird's sammeln. Nein, äh, außer Reichweite gehen. So, erstmal nachladen hier. Und dann gehst du gleich richtig in den Fighter ein. Und jetzt haben wir nur noch den hier. Das heißt, die Mauer wird jetzt nichts verbringen. Also diese Schutzmauer. Was führt der denn? So, tauch. Okay, der hält einiges mehr aus. So hau die Muni hier. Na, okay, wenn wir fliegen, dann wirkt da irgendwas nach uns. Wenn wir jetzt auf dem Boden sind, dann... Wo könnte er, glaub ich, hierher? Oder? Das hab ich mir schon gedacht. Aber nicht mit mir, Freundchen. Ja, die Steine kannst du auch aufhalten. Ja, die Steine kannst du auch aufhalten. Wir bräuchten eigentlich nochmal die Ulti, aber die kriegen wir, glaub ich, so schnell erstmal nicht. Ich glaub, ich glaub da irgendwo Schwachstellen. Äh, Schwachstellen. Nein, nix natürlich. Aber ich glaube nicht. Komm. Komm. Ich will mich denn jetzt beschleigen hier. Das fand ich grad nicht gut. Ja, komm schon. Den kann man auch nicht so gut einfrieren hier. Ist hier irgendwas, oder? Aha. Warte mal. Ah ne. Es hat nur so blau geleuchtet, deswegen dachte ich, hier wäre irgendwas cooles im Einsammeln. Aber live nicht. So. Das ist der letzte, das ist der vierte hier gerade. Also am oben. Das fliegt aber auch extrem gut hier. Ich versuche auf seinen Kopf zu zielen. In der Hoffnung, dass es mir Schaden macht, aber... Der wirft nur nach Stein, nach Böse. Was war denn das? Okay, der kann auch... Der kann auch in der Luft greifen hier. Das finde ich gar nicht so gut. Okay, hat er aber ordentlich getroffen. Jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen hier. Ich habe auch nicht mehr so viel Muni auf dieser Waffe hier. Der ist schon ordentlich. Ich glaube, den sollte man auch eher zu... ...ein seinem Squad hier besiegen. Ich muss hier ein bisschen wegfliegen, ja. Ich habe keine Lust nochmal, gegen ihn zu kämpfen. Nachladen will er nicht. Gut. Wow, 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 wow. Was war das denn jetzt? Gut, jetzt schnappt ihr das Stück Fleisch. Die Ska werden sicher den Rest essen. So, wir haben wahrscheinlich auch irgendwelche coolen neuen Waffenkrieg dafür, aber... Der war schon C, also das muss man ihm lassen. Der war nicht ohne. Gut, wir haben es. Ein Ossig-Steak. Seid ihr fertig. Je frischer, desto besser. Liefern wir es ab. Ich habe Prinzessin Sims' Versteck markiert. Warum hast du es nicht von einer Stunde angenommen? Der hätten wir da gleich hinfliegen können, aber gut. Ich meine, warum sollte dir irgend so ein Stück Fleisch holen? Na, naja, manche Sachen muss man einfach nicht nachfragen. Also, bevor dieses Wiedersehen steigt, glaubst du wirklich, dass Haluk und Faye helfen werden? Wir sind alle Profis. Ja, ich habe schon fiese Prügeleien zwischen Profis gesehen. Das passiert nicht. Es steht zu viel auf dem Spiel. Hoffen wir es. Wenn das Dominion den Kino Taf nutzt, ist böses Blut unsere kleinste Sorge. Das ist ja cool, die verstecken sich jetzt sogar. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Was ist denn das hier? So, gar kein Problem. Und dann sind schon die Nächsten. Na, soweit er weckt, ist so wenige Schaden, als das anscheinend. So sind wir. Was ist denn das hier? Egal, die sind tot. Wir gehen zum Besteck. Oder wir fliegen eher. Ach, wir können durchschießen, oder was? Aber die nicht. Okay, das ist cool. Na, wer sind die seien jetzt hier? Haben wir Leute abhauen? Die haben gerade auf die Wölfe geschossen, wie es aussieht. Und bei diesem... Bei diesem Viech gerade jemanden die auch drauf geschossen. Das finde ich extrem cool, wenn die halt... Nicht nur alle auf mich gehen, sondern auch so ein bisschen... Wenn die keinen Schaden machen. Ähm, die sich gegenseitig beschießen. Sodass man das Gefühl hat... Hier ist eigentlich schon was los. So, ne, so. Ohne mich läuft ja auch was. Guckt er mich da einfach so an? Okay, ich konnte mich hineinschleichen. Wie? Ich hab mich in einem Klaminchenkäfig versteckt. Hey, bin nicht stolz drauf. Wenn die Regulatronen sich erwischen. Ach, kein Problem. Das hier ist eine riesige Party. Wir sehen uns drin. Weißt du, anstatt dass wir durch so mit so einem Transporter hingehen? Nein. Wir müssen als Freelancer natürlich herumfliegen. So, jetzt haben wir erstmal Zeit zum Nachladen. Einfach mal eben weggesniper die ganze Zeit. Ja, irgendwie trifft der Waffen jetzt. Das war nicht sehr elegant. Und was haben wir hier? Eine neue Waffe. Nö. Irgendwas. Spuren von Sans-Fame hier. tactics. Spuren von Luna. Spuren. Spuren von der Wasserkamp기는 Spuren von расск, Spuren vonła Sie Schaal mit einem Schaal�. Spuren von Karolik kann mit einer两sten Fr d Wu horas 지금은 Untertitelung des ZDF, 2020